Der Flugdatenverarbeiter ist zuständig für die korrekte Ausführung und Verarbeitung der Flugpläne aller kontrollierten Flüge in Deutschland. Und wenn es dabei zu Änderungen kommt, ist der Flugdatenverarbeiter angehalten, den Flugplan derart anzupassen, dass der Lotse mit dem Flugplan was anfangen kann. Die Gründe für eine Änderung eines Flugplanes sind beispielsweise schlechtes Wetter, wenn ein Flugplatz nicht anfliegbar ist, weil er geschlossen ist. Andere Möglichkeiten sind Notfälle oder dass ein Flieger einfach eine andere Route wählen möchte, vielleicht eine Abkürzung wählen möchte, wie er vorher in dem Flugplan geplant hatte. Eine Umleitung eines Fluges sieht so aus, dass eine Lachser, die aus Frankfurt gestartet ist mit Ziel Luxemburg, unterwegs die Information bekommt, dass der Flughafen Luxemburg geschlossen ist aufgrund von schlechtem Wetter und sich entscheidet, nach Frankfurt umzukehren. Dann ist der Flugdatenverarbeiter gefragt, den Flugplan so anzupassen, dass sämtliche Sektoren, die von diesem Flug auch in Folge betroffen wären, die eigentlich nicht auf dem Weg nach Luxemburg betroffen wären, jetzt die Details bekommen. Und der Flugplan wird dementsprechend angepasst, dass der Zielflugplatz wieder Frankfurt wird. Das Routing wird dementsprechend angepasst, dass er eben das gleiche Routing bekommt, die andere Frankfurt-Anflüge. Frankfurt bekommt die Informationen, die Lotsen bekommen die Informationen und Luxemburg bekommt eine Abmeldung für den Flug, damit die nicht mehr auf den Wagen müssen. Hinter mir, der Kollege bearbeitet jetzt die einlaufenden Flugpläne und wenn da irgendwelche Fehler sind, werden die korrigiert. Alpha Delta Bravo 1427 cancelled. Der Flugdatenverarbeiter sitzt inmitten der Lotsen, um den direkten Kontakt zu den Lotsen zu haben. Er bekommt das aktuelle Verkehrsbild mit. Er sollte auch jederzeit in der Lage sein, das Verkehrsbild zu deuten und sollte jederzeit das Verkehrsbild vor Augen haben, sodass, wenn ein Flieger eine Anfrage stellt, bekommt er das sofort mit, kann reagieren und kann den Flugplan umgehend ändern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017